Mein Name ist Markus Guttensohn, ich bin Business Coach im wunderschönen Hohenlohe-Kreis. Mir gab es selber viele Seminare, unter anderem NLP-Ausbildungen, wo man sich mit seiner Persönlichkeit beschäftigt und das Seminar Sehen ohne Augen hat mich jetzt fünf Tage lang begeistert, weil es nicht nur darum ging, mit geschlossenen Augen sehen zu können, was an sich schon fantastisch ist, sondern man hat viele Tools bekommen, wie man an seiner Intuition arbeitet, an seine Gefühle, an seiner Einstellung arbeitet, einfach um eine andere Sicht der Dinge zu bekommen im Leben und offen zu sein und an sich selber praktisch an seiner Persönlichkeit zu arbeiten. Das hat mich sehr fasziniert und ich kann das Seminar jedem weiterempfehlen. Hallo, ich bin Katrin Dunsch und ich fand es sehr schön, dass das alles sehr spielerisch war im Seminar. Wir haben sehr viel Spaß untereinander gehabt, es war nicht so bierernst, es wurde aber trotzdem auch viel Information weitergegeben. Das hat mir sehr gut gefallen, es war eine sehr liebevolle Betreuung und zum Schluss war es natürlich so, jeder der gesehen hat ohne Augen war restlos begeistert und wir sind hoch motiviert weiter zu üben und wünschen euch als Team viel Glück und bedanken uns ganz recht herzlich für dieses wunderbare Wochenende. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön. 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 Dankeschön.